So, die Hälfte haben wir, die Hälfte haben wir, die Hälfte haben wir. Sieht gar nicht so verkehrt aus. Oh, jetzt sind sie hier! Okay, wir führen aber. Wir probieren das mal. So, kann ich sonst irgendwas für die Leute hier tun? Das können wir mal forschen. Aber an sich nicht. Logistik 2, damit das noch ein bisschen schneller geht. Marine produzieren. Wachsam bleiben, habe gerade Feinde gesichtet. Anführerfähigkeit bereit. Dann kriegt das schon irgendwie hin, ne? Dann kriegt das irgendwie hin. Die kommen hier voll rein, Alter. Kampfmechaniker erforscht. Wir haben einen feindlichen Rohrlaub getötet. Nice. Fuck, und da kommt jetzt das Schiff, ne? Und hoch mit euch. Leute, wir müssen die wegbämmen. Mit dieser Base, ne? Wieso habe ich die nicht übernommen? Was? Oh, ich bin schnell schon. Ich bin aber bereit zum Feuern. Regeln los. In Bewegung. Der Feinde! Räume den Funk frei! Räume den Funk frei! ok das hat es gebracht los einnehmen ja das hoffe ich doch totale dominanz ich sehe die feindlichen kräfte unsere basis wird angegriffen fach sind die arschgeing wo kommt der her kann jederzeit losgehen zieler fassen verstanden zentrale der ritterwächter ist in der nähe fast geschafft anführer fähigkeitsbereit zurückziehen führer fähigkeitsbereit klar dass der hierher kommt oh man oh man führer fähigkeitsbereit führer fähigkeitsbereit leck mich am arsch wolverine hier zeigt mir meine ziele wollen wir uns sofort wieder raketenwerfer bereit zum feuern nicht zu hängen lassen marines 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 weltlich zum dienst rücke aus in diesem scheiß punkt 1 Hau sie weg! Boom, 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 boom! Nice. So, Leute. Wir haben ihn gleich. Luft-Einheiten, feuern auf mich! Jawohl. Anführerpunkt erhalten. Könnt mich mal. Du kannst mich mal, du Drecksvieh. Wer will doch mal, wer hat doch dich! Anführerfähigkeit bereit. Weg ist er. Ich habe den Retterrichter außer Kontrolle. Zum Schiffgenerator Team Rot. Ich räume den Weg frei. Sind unterwegs, Professor. Ja, hätte ich die zusammenführen sollen, ja? Können. Oh, what? Professor, der Retterrichter ist zurück. Aber dieses Mal unter unserer Kontrolle. Zumindest vorliegst. Sichert das Gebiet für die Professoren. Zurück. Schauen wir mal, was unser Freund drauf hat. Wir sind drin. Okay, Team. Bereiten Sie sich auf die Verteidigung des Kontrollraums vor, während die Professoren die Waffen des Rings deaktiviert und den Sender einrichtet. Hm. Ihr habt mutig und ehrenvoll gekämpft. Ein wohlverdienter Sieg. Okay. Großgrößer Wächter. Der Halo abgeschlossen. Überblick. Was ist gescheitert? Bravo. Basis retten. Gescheitert. Wieso? Verstreute UEC-Truppen wieder zusammengeführt. Eins von drei. Die Basis der Verbanden zerstört. Ja gut, aber... Ja gut. Musst aber nicht. Dominanz mit allen drei Punkten unter Kontrolle gewinnen. Naja, das hab ich jetzt verkackt, weil... Ach, ist auch egal. Den Gegner keine 700 Punkte erzielen lassen. Ist auch gescheitert. Nicht mehr als fünf Einheiten an den Retterwächter verlieren. Haben wir. Und? Und die Soverein. Wer kennt es nicht? So. Ja. Trotzdem Silber. Immerhin. Kann man machen, meiner Meinung nach. Nach. Gut. Dann machen wir hier einen Cut. Und in der nächsten Folge geht es genau hier weiter. Main bleiben. Bis dann. Tschüss. Byzantin China. Die Sage highway ist schön. Die machen das吉and bautzen. Und das hat noch nichtventional. Undصか muss man ja unutk. Wir setzen uns ins小時. hurts nach. Dubuisi Seravat. En sneak Focus. Wenn es eine neue An North byeCE இ passt từ publications in Körpore. Untertitelung des ZDF, 2020